Herzlich willkommen heute zu unserer Lesereihe Backstage im Hans-Otto-Theater. Heute hören Sie einer meiner Lieblingstexte, Heinrich von Kleists Novelle, die Marquise von O. Mein Name ist Katja Zinsmeister, ich bin Schauspielerin hier am Haus und am Klavier hören Sie heute Rita Herzog. Viel Vergnügen. Die Marquise von O. Nach einer wahren Begebenheit. Die Marquise von O. Ließ die verwitwete Marquise von O., eine Dame von vortrefflichem Ruf und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt machen, dass sie ohne ihr Wissen in andere Umstände gekommen sei, dass der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle und dass sie aus Familienrücksichten entschlossen wäre, ihn zu heiraten. Die Dame, die einen so sonderbaren, den Spott der Welt reizenden Schritt mit solcher Sicherheit tat, war die Tochter des Herrn von G., Kommandanten der Zitadelle bei M. Sie hatte vor ungefähr drei Jahren ihren Gemahl, den Marquise von O. verloren und auf Frau von G.s ihrer würdigen Mutter Wunsch, hatte sie nach seinem Tode den Landsitz verlassen, den sie bisher bei V. bewohnt hatte und war mit ihren beiden Kindern in das Kommandantenhaus zu ihrem Vater zurückgekehrt. Hier hatte sie die nächsten Jahre in der größten Eingezogenheit zugebracht, bis der Krieg plötzlich die Gegend umher mit den Truppen fast aller Mächte und auch mit Russischen erfüllte. Der Obrist von G., welcher den Platz zu verteidigen Order hatte, forderte seine Gemahlin und seine Tochter auf, sich auf das Landgut bei V. zurückzuziehen. Doch ehe sich die Abschätzung noch, hier der Bedrängnisse, denen man in der Festung, dort der Gräuel, den man auf dem platten Lande ausgesetzt sein konnte, auf der Waage der weiblichen Überlegung entschieden hatte, war die Zitadelle von den russischen Truppen schon berennt und aufgefordert, sich zu ergeben. Der Obrist erklärte gegen seine Familie, dass er sich nunmehr verhalten würde, als ob sie nicht vorhanden wäre, und antwortete mit Kugeln und Granaten. Der Feind seinerseits bombardierte die Zitadelle und als der Kommandant nach einer nochmaligen Aufforderung mit der Übergabe zauderte, so ordnete er einen nächtlichen Überfall an und eroberte die Festung mit Sturm. Eben als die russischen Truppen von außen eindrangen, fing der linke Flügel des Kommandantenhauses Feuer und nötigte die Frauen, ihn zu verlassen. Die Obristin rief, dass man zusammenbleiben und sich in die hinteren Gewölbe flüchten möchte. Doch eine Granate, die eben in diesem Augenblicke in dem Hause zerplatzte, vollendete die gänzliche Verwirrung in demselben. Die Marquise kam mit ihren beiden Kindern auf den Vorplatz des Schlosses, wo die Schüsse schon im heftigsten Kampf durch die Nacht blitzten und sie besinnungslos wieder in das brennende Gebäude zurückjagten. Hier unglücklicherweise begegnete ihr, da sie eben durch die Hintertür entschlüpfen wollte, ein Trupp feindlicher Scharfschützen, der bei ihrem Anblick plötzlich still ward, die Gewehre über die Schultern hing und sie unter abscheulichen Gebärden mit sich fortführte. Vergebens rief die Marquise ihre zitternden, durch die Pforte zurückfliehenden Frauen zur Hilfe. Man schleppte sie in den hinteren Schlosshof, wo sie eben unter den schändlichsten Misshandlungen zu Boden sinken wollte, als, von dem Zetergeschrei der Dame herbeigerufen, ein russischer Offizier erschien und die Hunde, die nach solchem Raub lüstern waren, mit wütenden Hieben zerstreute. Der Marquise schien er ein Engel des Himmels zu sein. Er stieß noch dem letzten viehischen Mordknecht mit dem Griff des Degens ins Gesicht, das er mit aus dem Mund vorquellendem Blut zurücktaumelte, bot dann der Dame unter einer verbindlichen französischen Anrede den Arm und führte sie, die von allen solchen Auftritten sprachlos war, in den anderen, von der Flamme noch nicht ergriffenen Flügel des Palastes, wo sie bewusstlos niedersank. Hier traf er, da bald darauf ihre erschrockenen Frauen erschienen, anstalten, einen Arzt zu rufen, versicherte, dass sie sich bald erholen würde und kehrte in den Kampf zurück. Der Platz war in kurzer Zeit völlig erobert und der Kommandant zog sich eben mit sinkenden Kräften nach dem Portal des Hauses zurück, als der russische Offizier, sehr erhitzt im Gesicht, aus demselben hervortrat und ihm zurief, sich zu ergeben. Der Kommandant antwortete, dass er auf diese Aufforderung nur gewartet habe, reichte ihm seinen Degen da und bat sich die Erlaubnis aus, sich ins Schloss begeben und nach seiner Familie umsehen zu dürfen. Der russische Offizier, der einer der Anführer des Sturms zu sein schien, gab ihm diese Freiheit. Der Kommandant geriet auf die Nachricht von dem Unfall, der die Marquise betroffen hatte, in die äußerste Bestürzung. Die Marquise, die sich schon völlig aus ihrer Ohnmacht wieder erholt hatte, versicherte ihn, dass sie keinen anderen Wunsch habe, als aufstehen zu dürfen, um ihrem Retter ihre Dankbarkeit zu bezeugen. Sie wusste schon, dass er der Graf F., Obristleutnant vom Tündenjägerkorps war. Sie bat ihren Vater, ihn inständigst zu ersuchen, dass er die Zitadelle nicht verlasse, ohne sich einen Augenblick im Schloss gezeigt zu haben. Der Kommandant kehrte ungesäumt in das Fuhr zurück und trug ihm den Wunsch seiner gerührten Tochter vor. Der Grafe sicherte ihn, dass er nur auf den Augenblick warte, den er seinen Geschäften würde abmüßigen können, um ihr seine Ehrerbietigkeit zu bezeugen. Er wollte noch hören, wie sich die Frau Markise befinde, als ihn die Rapporte mehrerer Offiziere schon wieder in das Gewühl des Krieges zurückrissen. Als der Tag anbrach, erschien der Befehlshaber der russischen Truppen und besichtigte das Fuhr. Er bezeugte dem Kommandanten seine Hochachtung und gab ihm auf sein Ehrenwort die Freiheit, sich hinzubegeben, wohin er wolle. Der Kommandant versicherte ihn seiner Dankbarkeit und äußerte, wie viel er an diesem Tage den Russen überhaupt und besonders dem jungen Grafen von F., ob Ristleutnant vom Töntenjägerkorr, schuldig geworden sei. Der General fragte, was vorgefallen sei, und als man ihn von dem frievelhaften Anschlag auf die Tochter desselben unterrichtete, zeigte er sich auf das Äußerste entrüstet. Er rief den Grafen F. bei Namen vor. Nachdem er ihm zuvörderst wegen seines eigenen, edelmütigen Verhaltens eine kurze Lobrede gehalten hatte, wobei der Graf über das ganze Gesicht rot ward, schloss er, dass er die Schandkerle, die den Namen des Kaisers brandmarkten, niederschießen lassen wolle und befahl ihm zu sagen, wer sie seien. Der Graf F. antwortete in einer verwirrten Rede, dass er nicht imstande sei, ihren Namen anzugeben, indem es ihm unmöglich gewesen wäre, ihre Gesichter zu erkennen. In diesem Augenblick berichtete jemand, der sich aus dem hinteren Kreis hervordrängte, dass einer von den durch den Grafen F. verwundeten Freflern von den Leuten des Kommandanten in ein Behältnis geschleppt worden und darin noch befindlich sei. Der General ließ diesen hierauf herbeiführen und die ganze Rotte, nachdem jener sie genannt hatte, fünf an der Zahl zusammen, erschießen. Dies abgemacht, gab der Generalbefehl zum allgemeinen Aufbruch. Die Offiziere zerstreuten sich, der Graf trat durch die Verwirrung der Auseinandereilenden zum Kommandanten und bedauerte, dass er sich der Frau Marquise unter diesen Umständen gehorsamst empfehlen müsse. Und in weniger als einer Stunde war das Ganze vor, von Russen wieder leer. Die Familie dachte nun darauf, wie sie in der Zukunft eine Gelegenheit finden würde, dem Grafen irgendeine Äußerung ihrer Dankbarkeit zu geben. Doch wie groß war ihr Schrecken, als sie erfuhr, dass derselbe noch am Tage seines Aufbruchs aus dem Vor in einem Gefecht seinen Tod gefunden habe. Der Kurier, der diese Nachricht brachte, hatte ihn mit eigenen Augen tödlich durch die Brust geschossen nach Petragen sehen, wo er, wie man sichere Nachricht hatte, verblichen war. Die Marquise war untröstlich und mehrere Monaten vergingen, ehe sie ihn vergessen konnte. Musik Alles kehrte nun in die alte Ordnung der Dinge zurück. Die Marquise knüpfte den lange unterbrochenen Unterricht ihrer Kinder wieder an, als sie sich, sonst die Göttin der Gesundheit selbst, von wiederholten Unpässlichkeiten befallen fühlte. Sie litt an Übelkeiten, Schwindeln und Ohnmachten und wusste nicht, was sie aus diesem sonderbaren Zustand machen solle. Eines Morgens sagte die Marquise, aus einer langen Gedankenlosigkeit erwachend, zu ihrer Mutter, Wenn mir eine Frau sagte, dass sie ein Gefühl hätte, ebenso wie ich jetzt, so würde ich bei mir denken, dass sie in gesegneten Leibesumständen wäre. Frau von G. sagte, sie würde vielleicht den Phantasus gebären und lachte. Morpheus wenigstens versetzte die Marquise, würde sein Vater sein, und scherzte gleichfalls. Doch der Obrist kam hinzu, das Gespräch ward abgebrochen, und der ganze Gegenstand, da die Marquise sich in einigen Tagen wieder erholte, vergessen. Bald darauf ward der Familie der sonderbare Schrecken durch einen Kammerdiener, der ins Zimmer trat, den Grafen F. anmelden zu hören. Der Graf F., sagte der Vater und die Tochter zugleich. Der Kammerdiener versicherte, dass er recht gesehen und gehört habe und dass der Graf schon im Vorzimmer stehe und warte. Der Kommandant sprang sogleich selbst auf, ihm zu öffnen, worauf er, schön wie ein junger Gott, ein wenig bleich im Gesicht eintrat. Nachdem die Szene unbegreiflicher Verwunderung vorüber war und der Graf auf die Anschuldigung der Eltern, dass er ja tot sei, versichert hatte, dass er lebe, wandte er sich zur Tochter und seine erste Frage war gleich, wie sie sich befinde. Die Marquise versicherte sehr wohl und wollte nur wissen, wie er ins Leben erstanden sei. Doch er, auf seinem Gegenstand beharrend, erwiderte, dass sie ihm nicht die Wahrheit sage, ihn müsse alles trügen oder sie sei unpässlich und leide. Die Marquise durch die Herzlichkeit, womit er dies vorbrachte, gut gestimmt versetzte, nun ja, diese Matigkeit, wenn er so wolle, könne für die Spur einer Kränklichkeit gelten, an welcher sie vor einigen Wochen gelitten hätte. Sie fürchte inzwischen nicht, dass diese weiter von Folgen sein würde. Die Marquise sah über und überrot ihre Mutter und diese mit Verlegenheit den Vater an. Der Kommandant sagte, ob er nicht Platz nehmen wolle und setzte ihm auf eine verbindliche, ob schon etwas ernsthafte Art einen Stuhl hin. Die Obristin sprach, in der Tat, wir werden glauben, dass sie ein Geist sind, bis sie uns werden eröffnet haben, wie sie aus dem Grabe erstanden sind. Der Graf setzte sich und sagte, dass er tödlich durch die Brust geschossen nach P gebracht worden wäre, dass er mehrere Monate da selbst an seinem Leben verzweifelt hätte, dass währenddessen die Frau Marquise sein einziger Gedanke gewesen wäre, dass er endlich nach seiner Wiederherstellung wieder zur Armee gegangen wäre, dass er plötzlich mit Depeschen nach Neapel geschickt worden wäre, dass er nicht wisse, ob er nicht von dort weiter nach Konstantinopel werde abgeordert werden und dass ihm inzwischen unmöglich wäre, länger zu leben, ohne über eine notwendige Forderung seiner Seele ins Reine zu sein. Kurz, dass er den Wunsch hege, mit der Hand der Frau Marquise beglückt zu werden und dass er auf das ehrfurchtsvollste, inständigste und dringendste Bitte, sich ihm hierüber gütig zu erklären. Der Kommandant nach einer langen Pause erwiderte, dass ihm dieser Antrag zwar sehr schmeichelhaft wäre, bei dem Tod ihres Gemahls des Marquis von O. hätte sich seine Tochter aber entschlossen, in keine zweite Vermählung einzugehen. Da ihr jedoch kürzlich von ihm eine so große Verbindlichkeit auferlegt worden sei, so wäre es nicht unmöglich, dass ihr Entschluss dadurch, seinen Wünschen gemäß, eine Abänderung erleide. Er bitte sich in der Zwischenzeit die Erlaubnis für sie aus, darüber im Stillen, während einiger Zeit, nachdenken zu dürfen. Der Graf versicherte, dass diese gütige Erklärung ihn unter anderen Umständen völlig beglücken würde, dass er die ganze Unschicklichkeit fühle, sich mit derselben nicht zu beruhigen, dass dringende Verhältnisse jedoch, über welche er sich näher auszulassen, nicht imstande sei, ihm eine bestimmtere Erklärung äußerst wünschenswert machten, dass die Pferde, die ihn nach Neapel bringen sollten, vor seinem Wagen stünden und dass er ihn ständigst bitte, wenn irgendetwas in diesem Hause günstig für ihn spreche, ihn nicht ohne eine gütige Äußerung darüber abreisen zu lassen. Der Obrist antwortete, dass die Dankbarkeit, die die Marquise für ihn empfände, ihn zwar zu großen Voraussetzungen berechtigte, doch nicht zu so großen. Sie werde bei einem Schritte, bei welchem es das Glück ihres Lebens gelte, nicht ohne die gehörige Klugheit verfahren. Er lade ihn ein, nach Vollendung seiner Geschäftsreise nach M. zurückzukehren und auf einige Zeit der Gast seines Hauses zu sein. Wenn als dann die Frau Marquise hoffen könne, durch ihn glücklich zu werden, so werde auch er, er aber nicht, mit Freuden vernehmen, dass sie ihm eine bestimmte Antwort gegeben habe. Der Graf äußerte, indem ihm eine Röte ins Gesicht stieg, dass er für seinen Ruf einstehen zu dürfen glaube, dass die einzige nichtswürdige Handlung, die er in seinem Leben begangen hätte, der Welt unbekannt und er schon im Begriff sei, sie wieder gut zu machen, dass er mit einem Wort ein ehrlicher Mann sei und die Versicherung anzunehmen bitte, dass diese Versicherung wahrhaftig sei. Der Kommandant erwiderte, er könne keine andere Erklärung als die gegebene erfolgen und bat ihn, bis nach vollendeter Reise von dieser Sache abzubrechen. Der Graf sagte, indem er sich die Stirn rieb, dass, wenn irgend Hoffnung wäre, dem Ziele seiner Wünsche dadurch näher zu kommen, er seine Reise auf einen Tag oder wohl noch auch etwas darüber aussetzen würde, um es zu versuchen, und fragte, indem er sich zum Kommandanten wandte, ob er ihm sein Zimmer anweisen lassen wolle. Er würde gleich selbst die Ehre haben, antwortete der verwirrte Obrist und führte ihn in die für Fremdenbesuch bestimmten Gemächer des Hauses, wo er sich ihm mit einem trockenen Gesicht empfahl. Der Graf kleidete sich um, verließ das Haus und kehrte erst kurz vor der Abendtafel dahin zurück. Inzwischen war die Familie in der lebhaftesten Unruhe. Endlich, da es finster war, setzte die Mutter sich zum Marquise nieder, welche mit vieler Emsigkeit an einem Tisch arbeitete und das Gespräch zu vermeiden schien. Sie fragte sie halblaut, während der Vater auf- und niederging, ob sie begreife, was aus dieser Sache werden solle. Die Marquise antwortete, wenn der Vater bewirkt hätte, dass er nach Neapel gereist wäre, so wäre alles gut. Nach Neapel? rief der Kommandant, der dies gehört hatte. Sollte ich den Priester holen lassen? Oder hätte ich ihn arretieren und mit Bewachung nach Neapel schicken sollen? Nein, antwortete die Marquise, aber lebhafte und eindringliche Vorstellungen tun ihre Wirkung und sah ein wenig unwillig wieder auf ihre Arbeit nieder. Endlich, gegen die Nacht, erschien der Graf. Man erwartete nur, dass dieser Gegenstand zur Sprache kommen würde. Doch vergebens während der ganzen Abendtafel erharrte man diesen Augenblick. Geflissentlich alles, was darauf führen konnte, vermeidend, unterhielt er den Kommandanten vom Kriege. Als er des Gefechts bei P., in welchem er verwundet worden war, erwähnte, verwickelte ihn die Mutter bei der Geschichte seiner Krankheit. Hierauf erzählte er mehrere, durch seine Leidenschaft zu Marquise, interessanten Züge. Wie er die Vorstellung von ihr in der Hitze des Wundfiebers immer mit der Vorstellung eines Schwans verwechselt hätte, den er als Knabe gesehen, dass ihm besonders eine Erinnerung rührend gewesen wäre, da er diesen Schwan einst mit Kot beworfen, worauf dieser still untergetaucht und rein aus der Flut wieder emporgekommen sei, dass er Tinker gerufen hätte, welches der Name des Schwans gewesen, dass er aber nicht imstande gewesen wäre, sie an sich zu locken. Versicherte plötzlich blutrot im Gesicht, dass er sie außerordentlich liebe, sah wieder auf seinen Teller nieder und schwieg. Und da der Graf sich sogleich gegen die Gesellschaft verneigte und wieder in sein Zimmer zurückzog, so standen die Mitglieder derselben wieder und wussten nicht, was sie denken sollten. Frau von G. fragte ihre Tochter, wie er ihr denn, was seine Person anbetreffe, gefalle. Die Marquise antwortete mit einiger Verlegenheit, er gefällt und missfällt mir und berief sich auf das Gefühl der anderen. Die Obristin sagte, wenn er von Neapel zurückkehrt und die Erkundigungen, die wir inzwischen über ihn einziehen könnten, dem Gesamteindruck, den du von ihm empfangen hast, nicht widersprechen, wie würdest du dich, falls er als dann seinen Antrag wiederholte, erklären. In diesem Fall, versetzte die Marquise, wird ich, da in der Tat seine Wünsche so lebhaft scheinen, diese Wünsche um der Verbindlichkeit willen, die ich ihm schuldig bin, erfüllen. Die Mutter, die eine zweite Vermählung ihrer Tochter immer gewünscht hatte, hatte Mühe, ihre Freude über diese Erklärung zu verbergen und sagte, dass, wenn die Marquise irgend an die Möglichkeit denke, ihn einst mit ihrer Hand zu erfreuen, jetzt gleich notwendig ein Schritt dazu geschehen müsse und behauptete, dass zuletzt das Waagstück nicht allzu groß wäre, indem bei so vielen vortrefflichen Eigenschaften, die er in jener Nacht, da das Vor von den Russen erstürmt ward, entwickelte, kaum zu fürchten sei, dass sein übriger Lebenswandel ihnen nicht entsprechen sollte. Die Marquise sah mit dem Ausdruck der lebhaftesten Unruhe vor sich nieder. Man könnte ihm ja, fuhr die Mutter fort, etwa eine Erklärung, dass du bis zu seiner Rückkehr von Neapel in keine andere Verbindung eingehen wolltest, zukommen lassen. Die Marquise sagte, diese Erklärung, liebste Mutter, kann ich ihm geben. Ich fürchte nur, dass sie ihn nicht beruhigen wird. Das sei meine Sorge, erwiderte die Mutter mit lebhafter Freude und sah sich nach dem Kommandanten um. Lorenzo, was meinst du dazu? Nun so, Macht, Macht, rief der Vater. Ich muss mich diesem Russen schon zum zweiten Mal ergeben. Man beschloss, den Grafen bitten zu lassen, sich gefälligst auf einen Augenblick zur Familie zu verfügen. Er werde gleich die Ehre haben, zu erscheinen, ließ er antworten, und kaum war der Kammerdiener mit dieser Meldung zurück, als er schon selbst mit Schritten, die die Freude beflügelte, ins Zimmer trat und zu den Füßen der Marquise niedersank. Der Kommandant wollte etwas sagen, doch er, indem er Aufstand versetzte, er wisse genug, küßte ihm und der Mutter die Hand, hierauf umarmte der Kommandant ihn auf das Herzlichste und Freude ward bei dieser Abreise wie noch niemals bei einem Empfang. Der Graf trat vor die Marquise und ergriff ihre Hand. Nun denn, sprach er, Julietta, so bin ich einigermaßen beruhigt, obschon es mein sehnlichster Wunsch war, mich noch vor meiner Abreise mit ihnen zu vermählen. Vermählen? riefen alle Mitglieder der Familie aus. Vermählen, wiederholte der Graf, küßte der Marquise die Hand und versicherte, da diese fragte, ob er von Sinnen sei. Es würde ein Tag kommen, wo sie ihn verstehen würde. Die Familie wollte auf ihn bös werden, doch er nahm gleich auf das Wärmste von allen Abschied, bat sie über diese Äußerung, nicht weiter nachzugehen und reiste ab. Musik Mehrere Wochen verstrichen. Der Graf schrieb aus Neapel. Sie ließ einen Arzt rufen, der das Vertrauen ihres Vaters besaß, und eröffnete ihm scherzend, was sie von sich glaube. Der Arzt schwieg noch, nachdem er eine genaue Untersuchung vollendet hatte, eine Zeit lang, und antwortete dann mit einer sehr ernsthaften Miene, dass die Frau Marquise ganz richtig urteile. Nachdem er sich auf die Frage der Dame, wie er das verstehe, ganz deutlich erklärte und mit einem Lächeln, das er nicht unterdrücken konnte, gesagt hatte, dass sie ganz gesund sei, Zog die Marquise die Klingel und bat ihn, sich zu entfernen. Sie äußerte halblaut, dass sie nicht Lust hätte, mit ihm über Gegenstände dieser Art zu scherzen. Der Doktor erwiderte empfindlich, er müsse wünschen, dass sie immer zum Scherz so wenig aufgelegt gewesen wäre wie jetzt. Die Marquise versicherte, dass sie von diesen Beleidigungen ihren Vater unterrichten würde. Der Arzt antwortete, dass er seine Aussage vor Gericht beschwören könne, verneigte sich und wollte das Zimmer verlassen. Die Marquise fragte, da er noch einen Handschuh, den er hatte fallen lassen, von der Erde aufnahm. Und die Möglichkeit davon, Herr Doktor? Der Doktor erwiderte, dass er ihr die letzten Gründe der Dinge nicht werde zu erklären brauchen, verneigte sich ihr noch einmal und ging ab. Die Marquise stand wie vom Donner gerührt. Sie durchlief gegen sich selbst misstrauisch alle Momente des verflossenen Jahres. Endlich erschien die Mutter und sie erzählte ihr, was ihr der Arzt soeben eröffnet hatte. Frau von G. fragte, nicht wenig erschrocken, ob sie denn an die Möglichkeit eines solchen Zustandes glaube. Er, antwortete die Marquise, dass die Gräber befruchtet werden und sich dem Schoße der Leichen eine Geburt entwickeln wird. Nun, sagte die Obristin, indem sie sie fest an sich drückte, was beunruhigt dich denn, wenn dein Bewusstsein dich reinspricht? Wie kann dich ein Urteil und wäre es das einer ganzen Konsulta von Ärzten nur kümmern? Wie kann ich mich beruhigen, sagte die Marquise? Hab ich nicht mein eigenes, innerliches, mir nur allzu wohlbekanntes Gefühl gegen mich? Wird ich nicht, wenn ich in einer anderen meine Empfindung wüsste, von ihr selbst urteilen, dass es damit seine Richtigkeit habe? Ich schwöre, dass mein Bewusstsein gleich dem meiner Kinder ist. Nicht reiner kann das ihrige sein. Gleichwohl bitte ich sie, mir eine Hebamme rufen zu lassen. Eine Hebamme? rief die Frau von G. Ein reines Bewusstsein und eine Hebamme? Und die Sprache ging ihr aus. Eine Hebamme, meine teuerste Mutter, wiederholte die Marquise. Und das augenblicklich, wenn ich nicht wahnsinnig werden soll. Oh, sehr gern, versetzte die Obristin, nur bitte ich, das Wochenlager nicht in meinem Hause zu halten. Und damit stand sie auf und wollte das Zimmer verlassen. Die Marquise, ihr mit ausgebreiteten Arm folgend, fiel ganz auf das Gesicht nieder und umfasste ihre Knie. Möge das Reich der Erlösung einst so offen vor mir liegen, wie meine Seele vor Ihnen, rief die Marquise. Ich verschwieg Ihnen nichts, meine Mutter. Diese Äußerung, voll Pathos getan, erschütterte die Mutter. Oh, Himmel, mein Kind, wie rührst du mich? hob sie auf und küsste sie und drückte sie an ihre Brust. Was denn in aller Welt fürchtest du? Komm, du bist sehr krank. Doch die Marquise versicherte, dass sie sehr gesund wäre und dass ihr gar nichts fehle außer jenem sonderbaren und unbegreiflichen Zustand. Zustand, rief die Mutter wieder. Welch ein Zustand, wenn dein Gedächtnis über die Vergangenheit so sicher ist. Welch ein Wahnsinn ergriff dich. Die Marquise sagte, indem sie mit weinenden Augen lächelte. Ich bin meiner Sinne mächtig. Der Arzt hat mir gesagt, dass ich in gesegneten Leibesumständen bin. Lassen Sie die Hebamme rufen und sobald sie sagt, dass es nicht wahr ist, bin ich wieder ruhig. Gut? Gut, erwiderte die Obristin, die ihre Angst unterdrückte, zog die Klingel und ließ die Hebamme rufen. Die Marquise lag noch in den Armen ihrer Mutter, als diese Frau erschien, und die Obristin ihr, an welcher seltsamen Vorstellung ihre Tochter krank liege, eröffnete. Die Hebamme, während sie sich von dem Zustand der Marquise unterrichtete, sprach von jungem Blut, äußerte, als sie ihr Geschäft vollendet hatte, dergleichen Fälle wären ihr schon vorgekommen, die jungen Witwen, die in ihre Lage kämen, beruhigte inzwischen die Frau Marquise und versicherte sie, dass sich der muntere Cousin, der zur Nachtzeit gelandet, schon finden würde. Bei diesen Worten fiel die Marquise in Ohnmacht. Die Obristin, die ihr mütterliches Gefühl nicht überwältigen konnte, brachte sie mit Hilfe der Hebamme wieder ins Leben zurück, doch die Entrüstung siegte, da sie erwacht war. Julietta, rief die Mutter, willst du dich mir entdecken? Willst du den Vater mir nennen? Und schien noch zur Versöhnung geneigt, doch als die Marquise sagte, dass sie wahnsinnig werden würde, sprach die Mutter, verflucht sei die Stunde, da ich dich gebar, und verließ das Zimmer. Die Marquise zog die Geburtshelferin vor sich nieder, fragte mit gebrochener Stimme, wie denn die Natur auf ihren Wegen wallte und ob die Möglichkeit einer unwissentlichen Empfängnis sei. Die Hebamme versetzte, dass dies außer der heiligen Jungfrau noch keinem Weibe auf Erden zugestoßen wäre. Die Marquise glaubte, dass sie augenblicklich niederkommen würde und bat die Geburtshelferin, sie nicht zu verlassen. Die Hebamme beruhigte sie, sie versicherte, dass das Wochenbett noch beträchtlich entfernt wäre und meinte, es würde noch alles gut werden. Kaum war die Hebamme aus dem Zimmer, als ihr ein Schreiben von der Mutter gebracht ward, in welchem diese sich so ausließ. Herr von G. Wünsche unter den obwaltenden Umständen, dass sie sein Haus verlasse. Er sende ihr hierbei die über ihr Vermögen lautenden Papiere und hoffe, dass ihm Gott den Jammer ersparen werde, sie wiederzusehen. Der Brief war inzwischen von Tränen benetzt und in einem Winkel stand ein verwischtes Wort. Diktiert. Der Marquise stürzte der Schmerz aus den Augen. Sie ging heftig über den Irrtum ihrer Eltern weinend nach den Gemächern ihres Vaters. Sie sank, als sie die Tür verschlossen fand, mit jammernder Stimme alle Heiligen zu Zeugen ihrer Unschuld anrufend, vor derselben Nieder, als der Forstmeister ihr Bruder daraus hervortrat und zu ihr mit flammendem Gesicht sagte, sie höre, dass der Kommandant sie nicht sehen wolle. Die Marquise rief, mein liebster Bruder, drängte sich ins Zimmer und rief, mein teuerster Vater. Der Kommandant wandte ihr, bei ihrem Anblick, den Rücken zu und eilte in sein Schlafgemach. Er wollte die Türe zuwerfen, doch da sie unter Jammern und Flehen, dass er sie schließe, verhinderte, so gab er plötzlich nach und eilte, während die Marquise zu ihm hineintrat, nach der hinteren Wand. Sie warf sich ihm eben zu Füßen und umfasste zitternd seine Knie als ein Pistol, das er ergriffen hatte, in dem Augenblicke, da er es von der Wand herabriss, losging und der Schuss schmetternd in die Decke fuhr. Herr meines Lebens, rief die Marquise, erhob sich leichenblass von ihren Knien und eilte aus seinen Gemächern wieder hinweg. Man soll sogleich anspannen, sagte sie, zog ihre Kinder eilfertig an und ließ die Sachen einpacken. Sie hatte eben ihr Kleinstes zwischen den Knien und schlug ihm noch ein Tuch um, um nunmehr, da alles zur Abreise bereit war, in den Wagen zu steigen, als ihr Bruder eintrat und auf Befehl des Kommandanten die Zurücklassung und Überlieferung der Kinder von ihr forderte. »Dieser Kinder?« fragte sie und stand auf. »Sag deinem unmenschlichen Vater, dass er kommen und mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen könnte.« Und hob, mit dem ganzen Stolz der Unschuld gerüstet, ihre Kinder auf, trug sie, ohne dass der Bruder gewagt hätte, sie anzuhalten, in den Wagen und fuhr ab. Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich wie an ihrer eigenen Hand aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor. Nur wenige Tage waren nach ihrer Ankunft in V verflossen, als der Schmerz ganz und gar dem Vorsatz Platz machte, sich mit Stolz gegen die Anfälle der Welt zu rüsten. Sie beschloss, sich ganz zurückzuziehen, sich der Erziehung ihrer beiden Kinder zu widmen und des Geschenks, das ihr Gott mit dem Dritten gemacht hatte, mit voller mütterlichen Liebe zu pflegen. Sie machte Anstalten in wenig Wochen, sobald sie ihre Niederkunft überstanden haben würde, ihren schönen, aber einen wenig verfallenen Landsitz wiederherzustellen. Und so war der Zeitpunkt, da der Graf F. von Neapel wiederkehren sollte, noch nicht abgelaufen, als sie schon völlig mit dem Schicksal in ewig klösterlicher Eingezogenheit zu leben vertraut war. Nur der Gedanke war ihr unerträglich, dass dem jungen Wesen, das sie in der größten Unschuld empfangen hatte und dessen Ursprung, eben weil er geheimnisvoller war, auch göttlicher zu sein schien, als der anderer Menschen, ein Schandfleck in der bürgerlichen Gesellschaft ankleben sollte. Ein sonderbares Mittel war ihr eingefallen, den Vater zu entdecken. Ein Mittel, bei dem sie, als sie es zuerst dachte, das Strickzeug selbst vor Schrecken aus der Hand fallen ließ. Und da das Gefühl ihrer Selbstständigkeit immer lebhafter in ihr ward, ließ sie jene sonderbare Aufforderung in die Intelligenzblätter von M. rücken, die man am Eingang dieser Erzählung gelesen hat. Der Graf F. hatte inzwischen an die Marquise geschrieben und sie aufgefordert, es möchten fremde Umstände eintreten, welche da wollten, ihrer ihm gegebenen Erklärung getreu zu bleiben. Sobald es ihm geglückt war, seine fernere Geschäftsreise abzulehnen, ging er augenblicklich von Neapel ab und kam auch richtig, nur wenige Tage nach der von ihm bestimmten Frist in M. an. Der Kommandant empfing ihn mit einem verlegenen Gesicht, sagte, dass ein notwendiges Geschäft ihn aus dem Haus nötige. Der Forstmeister, der Bruder der Marquise, zog ihn auf sein Zimmer und fragte ihn, ob er schon wisse, was ich während seiner Abwesenheit zugetragen habe. Der Graf antwortete mit einer flüchtigen Blässe, Nein. Hierauf unterrichtete ihn der Forstmeister von der Schande, die die Marquise über die Familie gebracht hatte. Der Graf schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Warum legte man mir so viele Hindernisse in den Weg? Wenn die Vermählung erfolgt wäre, so wäre alle Schmach und jedes Unglück uns erspart. Der Forstmeister fragte, indem er ihn anglotzte, ob er rasend genug wäre, zu wünschen, mit dieser nichtswürdigen Vermähl zu sein. Der Graf erwiderte, dass sie mehr wert wäre als die ganze Welt, die sie verachtete und dass er noch heute nach V gehen und seinen Antrag bei ihr wiederholen würde und ging ab. Er bestieg ein Pferd und sprengte nach V hinaus. Als er am Tore abgestiegen war, sagte ihm der Türsteher, dass die Frau Marquise keinen Menschen spräche. Sobald der Graf dem Türsteher aus den Augen war, bog er um eine Ecke und trat durch eine Pforte, die er offen fand, in den Garten und wollte eben die hintere Rampe hinaufsteigen, als er in einer Laube, die zur Seite lag, die Marquise an einem kleinen Tischchen arbeiten sah. Er näherte sich ihr so, dass sie ihn nicht früher erblicken konnte, als bis er am Eingang der Laube drei kleine Schritte von ihren Füßen stand. Der Graf F. sagte die Marquise und die Röte der Überraschung überflog ihr Gesicht. Der Graf lächelte, setzte sich dann mit so bescheidener Zudringlichkeit, als sie nicht zu erschrecken nötig war, neben ihr nieder und schlug, ehe sie noch einen Entschluss gefasst hatte, seinen Arm sanft um ihren Leib. Von wo, Herr Graf, ist es möglich? Von M. Erwiderte der Graf und drückte sie ganz leise an sich durch eine hintere Pforte, die ich offen fand. Hat man ihnen denn in M. nicht gesagt? fragte sie. Alles, versetzte der Graf. Wie? rief die Marquise, indem sie aufstand und sich loswickelte und sie kommen gleichwohl? Der Welt zum Trotz, fuhr er fort, indem er sie festhielt und ihrer Familie zum Trotz und dieser lieblichen Erscheinung sogar zum Trotz. So überzeugt Julietta, als ob meine Seele in deiner Brust wohnte. Ich komme, schloss er, meinen Antrag zu wiederholen. Lassen Sie mich augenblicklich, rief die Marquise. Ich befehle es Ihnen, riss sich gewaltsam aus seinen Armen und entfloh. Geliebte, flüsterte er, indem er ihr folgte. Ich will nichts wissen, versetzte die Marquise, stieß ihn heftig vor die Brust zurück, eilte auf die Rampe und verschwand. Unschlüssig einen Augenblick, was unter solchen Umständen zu tun sei, stand er und überlegte, ob er seinen Zweck bis er ihn erreicht verfolgen solle. Doch so schwer es ihm auch in jedem Sinne war, umzukehren, diesmal schien es die Notwendigkeit zu erfordern und grimmig erbittert über sich, dass er sie aus seinen Armen gelassen hatte, verließ er den Garten. Abends, da er sich in der übelsten Laune der Welt bei einer öffentlichen Tafel eingefunden hatte, traf er den Forstmeister an, der ihn auch sogleich befragte, ob er seinen Antrag in V glücklich angebracht habe. Der Graf antwortete kurz Nein und war sehr gestimmt, ihn mit einer bitteren Wendung abzufertigen, doch setzte hinzu, er habe sich entschlossen, sich schriftlich an sie zu wenden. Der Forstmeister sagte, er sehe mit Bedauern, dass seine Leidenschaft für die Marquise ihn seiner Sinne beraube. Er müsse ihm inzwischen versichern, dass sie bereits auf dem Wege sei, eine andere Wahl zu treffen und gab ihm das Blatt, in welchem die Aufforderung derselben an den Vater ihres Kindes eingerückt war. Der Graf durchlief, indem ihm das Blut ins Gesicht schoss, die Schrift. Der Forstmeister fragte, ob er nicht glaube, dass die Person, die die Frau Marquise suche, sich finden werde. Unzweifelhaft, versetzte der Graf, indessen er mit ganzer Seele über dem Papier lag und den Sinn desselben gierig verschlang. Darauf sagte er, nun ist es gut. Nun weiß ich, was ich zu tun habe, fragte den Forstmeister noch, ob man ihn bald wiedersehen werde und ging völlig ausgesöhnt mit seinem Schicksal fort. Inzwischen waren in dem Hause des Kommandanten die lebhaftesten Auftritte vorgefallen. Die Obristin war über die zerstörende Heftigkeit ihres Gatten und über die Schwäche, mit welcher sie sich von ihm hatte unterjochen lassen, äußerst erbittert. Sie war, als der Schuss in des Kommandanten Schlafgemach fiel, in eine Ohnmacht gesunken. Und der Kommandant hatte in dem Augenblick ihres Erwachens weiter nichts gesagt als, es täte ihm leid, dass sie diesen Schrecken umsonst gehabt. Nachher, da von der Abforderung der Kinder die Rede war, wagte sie zu erklären, dass man zu einem solchen Schritt kein Recht habe. Doch der Kommandant erwiderte weiter nichts als, indem er sich zum Forstmeister wandte, vor Wut schäumend, Geh und schaff sie mir! Und versicherte, indem er ein Porträt herabnahm, das noch von der Marquise an der Wand hing, dass er sein Gedächtnis ihrer ganz zu vertilgen wünsche und meinte, er hätte keine Tochter mehr. Drauf erschien der sonderbare Aufruf der Marquise in den Zeitungen. Die Obristin ging mit dem Blatt, das sie von dem Kommandanten erhalten hatte, in sein Zimmer, wo sie ihn an einem Tisch arbeitend fand und fragte ihn, was in aller Welt er davon halte. Der Kommandant sagte, indem er fortschrieb, oh, sie ist unschuldig, sie hat es im Schlaf getan. Im Schlafe? versetzte die Obristin und ein so ungeheurer Vorfall wäre, die Nörrin, rief der Kommandant, schob die Papiere übereinander und ging weg. Am nächsten Zeitungstage las die Obristin in einem Intelligenzblatt folgende Antwort. Wenn die Frau Marquise von O sich am dritten elf Uhr morgens im Hause des Herrn von G. ihres Vaters einfinden will, so wird sich derjenige, den sie sucht, ihr da selbst zu Füßen werfen. Der Obristin verging die Sprache und reichte das Blatt dem Kommandanten da. Nun, sage mir, Lorenzo, was hältst du davon? Oh, die Schändliche, oh, die verschmitzte Heuchlerin, zehnmal die Schamlosigkeit einer Hündin mit zehnfacher List des Fuchses gepaart, reichen noch an die Irige nicht. Aber was in aller Welt, fragte die Obristin, wenn es eine List ist, kann sie damit bezwecken? Was sie damit bezweckt? Ihre nichtswürdige Betrügerei mit Gewalt will sie sie durchsetzen. Auswendig gelernt ist sie schon die Fabel, die sie uns beide, sie und er, am dritten elf Uhr morgens hier aufbürden wollen. Mein Liebestöchterchen, soll ich sagen, das wusste ich nicht. Vergib mir, nimm meinen Segen und sei wieder gut. Aber die Kugel dem, der am dritten morgens über meine Schwelle tritt. Frau von G. sagte, dass, wenn sie von zwei unbegreiflichen Dingen einem Glauben beimessen solle, sie lieber an ein unerhörtes Spiel des Schicksals, als an diese Niederträchtigkeit ihrer sonst so vortrefflichen Tochter glauben wolle. Doch ehe sie noch vollendet hatte, rief der Kommandant schon, tu mir den Gefallen und schweig und verließ das Zimmer. Wenige Tage nachher erhielt der Kommandant einen Brief von der Marquise, in welchem sie ihn, da ihr die Gnade versagt wäre, in seinem Hause erscheinen zu dürfen, bat, denjenigen, der sich am dritten morgens bei ihm zeigen würde, gefälligst zu ihr nach V hinaus zu schicken. Die Obristin war gerade gegenwärtig, als der Kommandant diesen Brief empfing, und da sie auf seinem Gesicht deutlich bemerkte, dass er in seiner Empfindung irre geworden war, denn welch ein Motiv jetzt sollte er ihr unterlegen, da sie auf seine Verzeihung gar keine Ansprüche zu machen schien, so rückte sie mit einem Plan hervor, den sie schon lange mit sich herumgetragen hatte. Sie sagte, während der Obrist noch mit einer nichtssagenden Miene in das Papier hineinsah, sie habe einen Einfall, ob er ihr erlaube, auf einen oder zwei Tage nach V hinaus zu fahren. Der Kommandant erwiderte, indem er den Brief zerriss, sie wisse, dass er mit ihr nichts zu schaffen haben wolle, und er verbiete ihr, in irgendeine Gemeinschaft mit ihr zu treten. Die Obristin, durch diesen hartnäckigen Eigensinn heimlich erbittert, beschloss ihren Plan, jetzt gegen seinen Willen auszuführen. Sie nahm einen von den Jägern des Kommandanten und fuhr am nächstfolgenden Morgen mit demselben nach V hinaus. Als sie am Tore des Landsitzes angekommen war, sagte ihr der Türsteher, dass niemand bei der Frau Marquise vorgelassen würde. Frau von G antwortete, dass sie von dieser Maßregel unterrichtet wäre, dass er aber gleichwohl nur gehen und die Obristin von G bei ihr anmelden möchte, denn dass sie von ihr gesprochen werden würde, indem sie ihre Mutter wäre. Kaum aber war noch der Türsteher zu diesem, wie er meinte, gleichwohl vergeblichen Versuche ins Haus gegangen, als man schon die Marquise daraus hervortreten sah. Meine teuerste Mutter, rief sie, welch ein glücklicher Zufall ist es, dem ich ihre, mir unschätzbare Erscheinung verdanke. Frau von G sagte, sie müsse ihr nur sagen, dass sie komme, sie wegen der Härte, mit welcher sie aus dem väterlichen Hause verstoßen worden sei, um Verzeihung zu bitten. Verzeihung! fiel die Marquise ins Wort und wollte ihre Hände küssen, doch diese, indem sie den Handkuss vermied, fuhr fort, denn nicht nur, dass die in den letzten öffentlichen Blättern eingerückte Antwort auf die bewusste Bekanntmachung mir, sowohl als dem Vater, die Überzeugung von deiner Unschuld gegeben hat, so muss ich dir auch eröffnen, dass er sich selbst schon zu unserem großen Erstaunen gestern im Hause gezeigt hat. Wer hat sich, rief die Marquise, welcher er selbst hat sich gezeigt? Er, erwiderte Frau von G, der Verfasser jener Antwort, er persönlich selbst, an welchen dein Aufruf gerichtet war. Nun, sagte die Marquise, wer ist es? Wer ist es? Das, erwiderte Frau von G, möchte ich dich erraten lassen, denn denke, dass sich gestern, da wir beim Tee sitzen und eben das sonderbare Zeitungsblatt lesen, ein Mensch von unserer genauesten Bekanntschaft ins Zimmer stürzt und deinem Vater und bald darauf auch mir zu Füßen fällt. Wir, unwissend, was wir davon denken sollen, fordern ihn auf zu reden. Darauf spricht er, sein Gewissen lasse ihm keine Ruhe, er sei der Schändliche, der die Frau Marquise betrogen. Aber wer? Wer? Sagen Sie mir, wer? Nun denn, versetzte die Mutter, es ist Leopardo, der Jäger, den ich schon mitgebracht habe, um ihn dir als Bräutigam vorzustellen. Leopardo? rief die Marquise. Was erschreckt dich? fragte die Obristin. Hast du Gründe, daran zu zweifeln? Wie? Wo? Wann? fragte die Marquise verwirrt. Das, antwortete jene, will er nur dir anvertrauen. Scham, meinte er, machte es ihm unmöglich, sich einer anderen hierüber zu erklären als dir. Gott! rief die Marquise. Ich war einst in der Mittagshitze eingeschlummert und sah ihn von meinem Divan gehen, als ich erwachte. Bei diesen Worten sank die Mutter vor ihr nieder. O meine Tochter, O du Vortreffliche und O ich Nichtswürdige, begreife, O du Reinere als Engel sind, dass von allem, was ich dir sagte, nichts wahr ist. Dass meine verderbte Seele an solche Unschuld nicht als von der du umstrahlt bist glauben konnte und dass ich dieser schändlichen List erst bedurfte, um mich davon zu überzeugen. Meine teuerste Mutter, stehen Sie auf, rief die Marquise. Ich beschwöre sie. Aber jene versetzte darauf, nein, eher nicht von deinen Füßen weich ich, bis du mir sagst, ob du mich noch lieben und so aufrichtig verehren kannst als sonst. Ehrfurcht und Liebe sind nie aus meinem Herzen gewichen. Wer konnte mir unter so unerhörten Umständen Vertrauen schenken? Nun denn, versetzte Frau von G., so will ich dich auf Händen tragen, mein liebstes Kind. Du sollst bei mir dein Wochenlager halten und wären die Verhältnisse so, dass ich einen jungen Fürsten von dir erwartete, mit größerer Zärtlichkeit nicht könnte ich dein pflegen. Die Tage meines Lebens nicht mehr von deiner Seite weich ich. Ich will keine andere Ehre mehr als deine Schande, wenn du mir nur wieder gut wirst. und du sollst bei mir und du sollst bei mir wenn du mir nur Am folgenden Tage fuhren Mutter und Tochter und Enkel wie im Triumph wieder nach M. zurück. Sie waren äußerst vergnügt auf der Reise und scherzten über Leopardo, den Jäger, der vorn auf dem Bock saß. Doch je mehr man sich M. näherte, je ernsthafter stimmten sich wieder die Gemüter in der Vorahndung entscheidender Auftritte, die ihnen noch bevorstanden. Frau von G. führte ihre Tochter wieder in ihr altes Zimmer, sagte, sie möchte es sich nur bequem machen, sie würde gleich wieder bei ihr sein. Nach einer Stunde kam sie mit einem ganz erhitzten Gesicht wieder. Nein, solch ein ungläubiger Thomas, sprach sie mit heimlich vergnügter Seele, habe ich nicht eine Stunde gebraucht, ihn zu überzeugen, aber nun sitzt er und weint. Wer? fragte die Marquise, der Vater doch nicht. Wie ein Kind, erwiderte die Mutter. Und deswegen meiner? fragte die Marquise und stand auf. Nicht von der Stelle, sagte Frau von G. Hier sucht er dich auf, wenn er mich, solange ich lebe, wiederfinden will. Warum griff er nach der Pistole? Wenn er nicht heute vor Abend noch kommt, ziehe ich morgen mit dir weiter. Die Marquise nannte dies Verfahren hart und ungerecht. Doch die Mutter erwiderte, beruhige dich, er kommt schon. Wo? fragte die Marquise und horchte. Ist wer hier draußen vor der Tür? Dies Heftige. Allerdings, versetzte Frau von G., er will, dass wir ihm die Türe öffnen. Doch wenn du mir gut bist, Julietta, versetzte die Obristin, so bleib. Und in dem Augenblick trat auch der Kommandant schon, das Tuch vor das Gesicht haltend, ein. Die Mutter stellte sich breit vor ihre Tochter und kehrte ihm den Rücken zu. Mein teuerster Vater, rief die Marquise, nicht von der Stelle, sagte Frau von G., du hörst. Er soll dir abbitten. Ich liebe ihn, aber dich auch. Ich ehre ihn, aber dich auch. Und muss ich eine Wahl treffen, so bist du vortrefflicher als er und ich bleibe bei dir. Der Kommandant beugte sich ganz krumm und heulte, dass die Wände erschalten. Frau von G. sagte, er kann nur nicht sprechen. Und wich ein wenig zur Seite aus. Hierauf erhob sich die Marquise, umarmte den Kommandanten und bat ihn, sich zu beruhigen. Sie fragte ihn, ob er sich nicht setzen wolle. Sie wollte ihn auf einen Sessel niederziehen. Sie schob ihm einen Sessel hin, damit er sich setzte, doch er war nicht von der Stelle zu bringen. Und stand bloß, das Gesicht tief zur Erde gebeugt, und weinte. Die Marquise sagte halb zur Mutter gewandt, er werde krank werden. Die Mutter sagte, es geschehe ihm ganz recht, er werde nun wohl zur Vernunft kommen. Entfernte sich aus dem Zimmer und ließ sie allein. Sobald sie draußen war, dachte sie, ob ihm die heftige Erschütterung, in welche sie ihn versetzt hatte, nicht doch gefährlich sein könnte, und kochte ihm für den Abend alles, was sie nur Stärkendes und Beruhigendes aufzutreiben wusste, und schlich, da er immer noch nicht kam und schon die Abendtafel gedeckt war, dem Zimmer der Marquise zu, um doch zu hören, was ich zutrage. Sie öffnete die Tür und sah nun, und das Herz quoll ihr vor Freuden empor, die Tochter still, die Augen fest geschlossen, in des Vaters Armen liegen. Die Tochter sprach nicht, er sprach nicht. Mit über sie gebeugtem Antlitz saß er, wie über das Mädchen seiner ersten Liebe, und küsste sie. Die Mutter fühlte sich wie eine Selige. Der Kommandant schlug bei ihrem Anblick das Gesicht wieder ganz kraus nieder und wollte etwas sagen, doch sie rief, ach, was für ein Gesicht ist das, küsste es jetzt auch ihrerseits in Ordnung und machte der Rührung durch Scherzen ein Ende. Sie führte beide, die wie Brautleute gingen, zur Abendtafel, an welcher der Kommandant zwar sehr heiter war, aber noch von Zeit zu Zeit schluchzte. Wenig aß und sprach und auf den Teller niedersah. Nun galt es beim Anbruch des Vaters, des nächsten Tages die Frage nur, wer in aller Welt morgen um 11 Uhr sich zeigen würde. Vater und Mutter und auch der Bruder stimmten unbedingt, falls die Person nur von einiger Erträglichkeit sein würde, für Vermählung. Sollten die Verhältnisse derselben jedoch so beschaffen sein, dass sie zu weit hinter den Verhältnissen der Marquise zurückblieben, so widersetzten sich die Eltern der Heirat und beschlossen die Marquise nach wie vor bei sich zu behalten und das Kind zu adoptieren. Die Marquise hingegen schien Willens in jedem Falle ihr gegebenes Wort in Erfüllung zu bringen und dem Kinde, es koste was es wolle, einen Vater zu verschaffen. Nun erschien nach einer unter den gespanntesten Erwartungen zugebrachten Nacht der Morgen des gefürchteten Dritten. Als die Glocke 11 Uhr schlug, saßen beide Frauen, festlich wie zur Verlobung angekleidet, im Besuchzimmer. Das Herz klopfte ihnen, dass man es gehört haben würde, wenn das Geräusch des Tages geschwiegen hätte. Der 11. Glockenschlag summte noch, als... Leopardo, der Jäger, eintrat. Die Frauen erblassten bei diesem Anblick. Der Graf F., sprach er, lässt sich anmelden. Der Graf F., riefen beide zugleich, von einer Art der Bestürzung in die andere geworfen. Die Marquise rief, verschließ die Türen! Wir sind für ihn nicht zu Hause! Stand auf, das Zimmer gleich selbst zu verriegeln, als der Graf schon in genau demselben Kriegsrock mit Orden und Waffen, wie er sie bei der Eroberung des Forsts getragen hatte, zu ihr eintrat. Die Marquise glaubte, vor Verwirrung in die Erde zu sinken. Doch Frau von G. rief, Julietta! Und wie erstickt von Gedanken ging ihr die Sprache aus. Sie heftete die Augen fest auf den Grafen und wiederholte, Julietta! Indem sie sie nach sich zog, wen erwarten wir denn? Die Marquise rief, indem sie sich plötzlich wandte, Nun, doch ihn nicht! Und schlug mit einem Blick funkelnd wie ein Wetterstrahl auf ihn ein, in dessen Blässe des Todes ihr Antlitz überflog. Der Graf blickte hochglühend vor sich nieder und schwieg. Wen sonst, rief die Obristin, Wen sonst wir Sinn beraubten als ihn! Die Marquise stand starr und sagte, Ich werde wahnsinnig werden. Der Graf fasste auf seinen Knien liegend den äußersten Saum ihres Kleides und küsste ihn. Liebe, gnädige, verehrungswürdigste, flüsterte er. Eine Träne rollte ihm die Wange hinab. Gehen Sie, gehen Sie, rief die Marquise, indem sie aufstand. Auf einen Lasterhaften war ich gefasst, aber auf keinen Teufel! Öffnete, indem sie ihm dabei gleich einem Pest vergifteten, auswich die Tür des Zimmers und sagte, Ruf den Obristen! Die Marquise blickte mit tötender Wildheit bald auf den Grafen, bald auf die Mutter ein. Ihre Brust flog, ihr Antlitz loderte. Eine Furie blickte nicht schrecklicher. Der Obrist und der Forstmeister kamen. Diese Mann, Vater, sprach sie, kann ich mich nicht vermählen. Griff in ein Gefäß mit Weihwasser, besprengte in einem großen Wurf Vater und Mutter und Bruder damit und verschwand. Der Kommandant fragte, was vorgefallen sei und er blasste, da er in diesem entscheidenden Augenblick den Grafen F. im Zimmer erblickte. Die Mutter sagte, Frage nicht, dieser junge Mann bereut von Herzen alles, was geschehen ist. Gib deinen Segen, gib, gib! So wird sich alles noch glücklich endigen. Der Graf stand wie vernichtet. Der Kommandant legte seine Hand auf ihn, seine Augenwimpern zuckten, seine Lippen waren weiß wie Kreide. Möge der Fluch des Himmels von diesen Scheiteln weichen, rief er. Wann gedenken Sie zu heiraten? Morgen, antwortete die Mutter für ihn. Morgen oder heute, wie du willst. Dem Herrn Grafen wird immer die nächste Stunde die Liebste sein. So habe ich das Vergnügen, sie morgen um elf Uhr in der Augustinerkirche zu finden, sagte der Kommandant, verneigte sich gegen ihn, rief Frau und Sohn ab, um sich in das Zimmer der Marquise zu verfügen und ließ ihn stehen. Man bemühte sich vergebens, von der Marquise den Grund ihres Betragens zu erfahren. Sie lag im heftigsten Fieber, wollte durchaus von Vermählung nichts wissen und bat, sie allein zu lassen. Auf die Frage, was ihr den Grafen gehässiger mache als einen anderen, sah sie den Vater mit großen Augen zerstreut an und versicherte nochmals, indem sie alle Engel und Heiligen zu Zeugen anrief, dass sie nicht heiraten würde. Der Vater erklärte, dass sie ihr Wort halten müsse, verließ sie und ordnete alles nach schriftlicher Rücksprache mit dem Grafen zur Vermählung an. Er legte demselben einen Heiratskontrakt vor, in welchem dieser auf alle Rechte eines Gemahls Verzicht tat, dagegen sich zu allen Pflichten, die man von ihm fordern würde, verstehen sollte. Als der Kommandant am anderen Morgen der Marquise dieses Papier überreichte, hatten sich ihre Geister ein wenig beruhigt. Sie durchlas es, noch im Bette sitzend, mehrere Male, legte es sinnend zusammen und erklärte hierauf, dass sie sich um elf Uhr in der Augustiner Kirche einfinden würde. Sie stand auf, zog sich, ohne ein Wort zu sprechen, an, stieg, als die Glocke schlug, mit allen Irigen in den Wagen und fuhr dahin ab. Erst an dem Portal der Kirche war es dem Grafen erlaubt, sich an die Familie anzuschließen. Die Marquise sah während der Feierlichkeit starr auf das Altarbild. Nicht ein flüchtiger Blick ward dem Manne zuteil, mit welchem sie die Ringe wechselte. Der Graf bot ihr, als die Trauung vorüber war, den Arm. Doch sobald sie wieder aus der Kirche heraus waren, verneigte sich die Gräfin vor ihm. Der Kommandant fragte, ob er die Ehre haben würde, ihn zu weilen, in den Gemächern seiner Tochter zu sehen. Worauf der Graf etwas stammelte, das niemand verstand und verschwand. Er bezog eine Wohnung in M., in welche er mehrere Monate zubrachte, ohne auch nur den Fuß in das Kommandantenhaus zu setzen. Nur seinem zarten, würdigen und musterhaften Betragen überall, wo er mit der Familie in Berührung kam, hatte er es zu verdanken, dass er, nach der nunmehr erfolgten Entbindung der Gräfin von einem jungen Sohne, zur Taufe desselben eingeladen ward. Die Gräfin, die auf dem Wochenbette saß, sah ihn nur auf einen Augenblick, da er unter der Tür stand und sie von Weitem grüßte. Er warf unter den Geschenken, womit die Gäste den Neugeborenen bewillkommten, zwei Papiere auf die Wiege desselben, deren eines, wie sich nach seiner Entfernung auswies, eine Schenkung von 20.000 Rubeln an den Knaben und das andere ein Testament war, in dem er die Mutter, falls er stürbe, zu Erbeln seines ganzen Vermögens einsetzte. Von diesem Tage an ward er öfter gesehen. Das Haus stand seinem Eintritt offen, es verging bald kein Abend, da er sich nicht darin gezeigt hätte. Er fing, da sein Gefühl ihm sagte, dass ihm von allen Seiten um der gebrechlichen Einrichtung der Welt willen, verziehen sei, seine Bewerbung um die Gräfin, seine Gemahlin, von Neuem an. Er hielt nach Verlauf eines Jahres ein zweites Jahrwort von ihr, auch eine zweite Hochzeit ward gefeiert, froher als die erste, nach deren Abschluss die ganze Familie nach V hinaus zog. Eine ganze Reihe von jungen Russen folgte jetzt noch dem Ersten. und da der Graf in einer glücklichen Stunde seine Frau einst fragte, warum sie an jenem fürchterlichen Dritten, da sie auf jeden lasterhaften gefasst schien, vor ihm gleich einem Teufel geflohen wäre, antwortete sie, er würde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht bei seiner ersten Erscheinung wie ein Engel vorgekommen wäre.